Grüß Gott, mein Name ist Peter Kuhn von Bildungsbetrieb.de. Ich möchte Sie einladen zu unserem Seminar Kundenbindung in der Weiterbildung am 16. Oktober diesen Jahres. Ich selbst werde an diesem Tag Ihr Referent sein. Wir werden uns mit vielen Themen beschäftigen, werden uns die Grundlagen des Themas Kundenbindung anschauen. Wir werden uns die psychologischen Grundlagen genauer betrachten. Wir werden natürlich auch sehen, wie ist die Kundenbindung in unsere Betriebswirtschaft eingebettet. Wir werden uns einige Controlling-Kennzahlen ansehen und sehen, wie wir diese verbessern können. Und natürlich werden wir auch viele konkrete Maßnahmen uns ansehen. Sie werden uns Ihre Erfahrungen mitteilen. Sie werden von den anderen Teilnehmern lernen und wir werden hoffentlich in den Kaffeepausen und bei dem leckeren fränkischen Mittagessen reichlich Gelegenheit haben, Tipps und Tricks voneinander zu lernen. Ich freue mich auf Sie am 16. Oktober.